Läuft da was oder nicht? Im Exklusiv-Interview mit okmark.de packt Matthias Mangier-Penn über das Verhältnis von Paul Janke und Antonia Hemmer aus. Paul Janke – Heißer Flirt mit Antonia Hemmer Es ist das Gesprächsthema der letzten Wochen. Paul Janke, 41, und Antonia Hemmer, 23, haben zuletzt ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Nachdem die beiden sich bei ihrer Teilnahme an Kampf der Reality-Stars kennengelernt haben, ging es danach noch zusammen in den Urlaub auf Bali. Hat es zwischen den beiden etwa gefunkt? Immerhin teilten die Singles in den sozialen Medien immer wieder gemeinsame, sehr vertraute Aufnahmen, auch aus dem Bett. Trotzdem dementierten sie die Gerüchte und erklärten, dass sie nur befreundet sind. Einige Fans glauben dennoch weiterhin an eine Liebe zwischen den beiden und auch Antonias Ex Patrick Romer, 27, häußerte sich bereits dazu, um ihr nur das Beste mit dem Rosenkavalier zu wünschen. Ich kenne Paul nicht persönlich, aber er scheint einen guten Einfluss auf Antonia zu haben. Ich würde mich freuen, wenn die zwei ihr Glück finden. Offenbarte er im Gespräch mit Ippen Media. Jetzt meldet sich ein weiterer Promi-Kollege und plaudert aus dem Nähkästchen. Matthias Mangierpen – Bisschen auf dem Flirtkurs Auch Matthias Mangierpen, 39, war bei der neuen Staffel von Kampf der Reality-Stars dabei, und konnte damit aus nächster Nähe beobachten, wie nah sich Antonia Hemmer und Paul Janke wirklich gekommen sind. Im Exklusiv-Interview mit okmark.de verrät er, wie er über die vermeintliche Liebe der beiden denkt. Also zu den Gerüchten, dass Antonia und Paul ein Paar sein sollen, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich glaube, es ist in jedem Format so, dass es Kandidaten gibt, die gegenseitig ein bisschen auf dem Flirtkurs sind. Dann gibt es Kandidaten, egal ob die Konstellation zwei Männer, zwei Frauen, oder eben halt Mann und Frau ist, die sich einfach gut verstehen, erklärt er. Sollte sich da doch etwas angebahnt haben, hoffe er jedoch sehr darauf, dass die einstige Bauersucht-Frau-Teilnehmerin ernste Absichten bei ihrem Kollegen habe. Antonia und Paul verstehen sich, glaube ich, ganz gut. Von daher, wenn es also die große Liebe sein sollte, wünsche ich beiden alles, alles Gute. Vor allem wünsche ich dem Paul, dass der nicht enttäuscht wird. Paul ist ein ganz, ganz toller Mensch. Also ich habe Paul dort kennenlernen dürfen, und der ist mir echt so ans Herz gewachsen, weil es so ein klasse Mensch ist und sehr emotional ist. Es wäre wirklich sehr schade, wenn Paul enttäuscht werden würde, wenn es denn wirklich eine Beziehung ist, die die beiden führen. Obwohl er seinem Kumpel die Daumen dafür drückt, dass er endlich seine Traumfrau findet, schätzt er die Chancen zwischen ihm und Antonia, aktuell eher gering ein. Ich glaube trotzdem eher, dass es einfach nur so eine Best-Buddy-Nummer zwischen Mann und Frau bei den beiden ist, verrät er abschließend. Oh, Gott! Oh, Gott! Untertitelung des ZDF, 2020